also das kanal heißt vernünftig abonniert den gerne er will nicht dass man auf die ersten oder letzten fünf videos reagiert deshalb nehme ich dieses video hier die habe ich jetzt runter genommen die werden auf eure videos folge 254 viel spaß was wir nicht sehen hinter ein paar fährt einen autowagen und er gibt jetzt gas und überholt ihn rechts wer kriegt ihr schuld ich weiß dass ich wusste es doch vorher schon pascha ist mit dem urteil eigentlich nicht zufrieden aber ich kannte das schon wer die spur wechselt und dabei ein unfall verursacht der kriegt 100 prozent schuld das ist so und auch hier kriegt pascha die schuld und hat die schuld gekriegt auch wenn der andere da so blöde von hinten da und dann rechts überholt interessiert keinen ich finde das auch nicht gut aber so ist es pascha kriegt die schuld bro aber er sieht doch dass er rechts überholt wird und er macht extra zu dass er rechts nicht weiter überholt das ist auch dumm dann lasst den typ noch überholen klar nervt es aber lasst ihn doch einfach vorbeiziehen das ist von diesem pascha richtig dumm gemacht dass er da rechts rein fährt und reinzieht dumm guck der sieht es dass er kommt und zieht rein zweieinhalb monate alten golf und der war 32.000 euro wert und gleich entstehen 22.000 euro schaden was so viel okay jetzt noch ihren text dazu nach einer minute panikattacke habe eine minute am stück geschrien hat mich einer der zahlreichen ersthelfer wofür ich dankbar bin rausgeholt der erste satz des unfallgegners zu mir war ja ich bin 20 jahre lang unfallfrei gefahren was mich im nachhinein ausrasten lassen könnte vor der polizei versicherung meinte er er wollte nur die spur wechseln und die gegnerversicherung hat mir erst nach zwei monaten unter drohung einer anzeige mindestens 5000 euro zu wenig überwiesen wofür ich aber nicht mehr die kraft hatte danach zu gehen körperlich ging es mir gott sei dank relativ gut hatte was auf die nase bekommen bin mit knie gegen das lenkrad und kleine gehirnerschütterung trotzdem musste ich die komplette prüfungsphase meines studiums aussetzen unfassbar unfassbar versicherung verbrecher übrigens update zum auto meiner magen wir gehen in die gerichtsverhandlung weil die nicht zahlen wollen weil die keine ahnung ich die wollen nicht zahlen das auto wurde geklaut es gibt ein video davon die wollen nicht zahlen versicherung verbrecher ja also von mindestabstand hat hier auch noch keiner was gehört ja so unnötig aufzufahren mit so einem schweren war da geht es nicht mal darum kaum ist dieser bully weg kommt dahinter ein audi zum vorschein und der hat es noch eiliger und jetzt sieht er vor dem lkw so davor dass der bremsassistent ausgelöst wird und der lkw voll den anker wirft das ist doch das das ist alles so ein quatsch ist das ein idiot es sind immer die audis nein spaß ich will niemanden triggern hier der ton war zu nix zu gebrauchen deswegen habe ich ihn gleich weg gemacht jetzt zieht er wieder vorbei oder jetzt lässt er ihn vorbei okay übrigens man kriegt eine sehr hohe strafe wenn man über den standstreifen fährt sehr hoch macht das nicht david falls du zuschaust du machst das auch nicht okay alles ruhig stopp schild was das autos mit wasserbomben bewerfen hört sich lustig an was soll schon passieren die leute erschrecken sich die rechnen da nicht mit denn es dreht auch rum fährt dann noch mal hin aber er findet da eh keine leute mehr sagt mir dass du auf dem dorf lebst ohne mir zu sagen dass du auf dem dorf lebst so was würde niemals in einer großstadt passieren das ist so ein dorf ding aber das finde ich harmlos man es sind kinder die machen sowas bei mir sind auch kinder die hier wohnen und immer wenn sie vorbeifahren mit fahrern höptik schreien finde ich witzig hätte ich damals vielleicht auch gemacht man ist halt dumm naiv und dumm in frankfurt schmeißt sie steine wer fährt hier im totenwinkel rum na er wird reinziehen er muss nicht mal reinziehen der typ links schafft die rechtskurve einfach nicht er schafft sie nicht er schafft es nicht in seiner spur zu bleiben guck mal man solche idioten hier kann man schön sehen man muss gar nicht bis auf den standstreifen komplett fahren sollst du nämlich auch gar nicht darfst du gar nicht oder irgendwie sowas also mit dem lkw musst du dann schon ein bisschen weiter rüber ziehen nach rechts klar aber du siehst es ja hier die kommen da wunderbar durch aber da geht es ja gar nicht drum es geht um diese scheiß gaffer die dann darunter bremsen bis auf schritt geschwindigkeit und es überhaupt nicht mehr vorwärts gehen guckt euch diesen pkw vor uns an die anderen autos sind über alle berge und dann gucken wir hier hinten immer noch rum weil er oder der beifahrer erst mal in aller ruhe das handy zücken müssen um das foto hier zu machen also ich bin der meinung leute dass gaffer als strafe gedroht werden sollte dass der führerschein entzogen wird lappen weg da halten leute an bei schweren unfällen und man weiß nicht jemand gestorben hat sich schwer verletzt und machen bilder führerschein weg sofort weg oder auch keine chance den 9 zu machen oder was ihr seid abschockt und geldstrafe warum seid ihr scheiß gaffer wir haben ja nun leider keinen ton in der datei aber das plüsch hat gerne zugegeben er hat da erst mal rumgehupt und was ist die quittung mein gott was für schwachköpfe boah richt mich so was auf dem möchte ich in die karre fahren guckt euch mal an wo die ganzen anderen autos sind die sind einfach mal weg der ist quasi stehen geblieben zum kotzen so ne leute so ein idiot alter wie gern möchte ich hier das kennzeichen präsentieren du bist das arschloch des jahres 2 was ist bei den menschen falsch gelaufen wie war deren erziehung was im leben passiert dass man so weit erst mal ein paar tote anschauen und dann die leute die mich davon abhalten wollen noch beleidigen sohn 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 322 was hat er gemacht ich check es nicht boah er ist ganz 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 langsam an der ungefahlstelle vorbeigefahren die frisch war wo vielleicht leute ums leben gekommen sind oder sich schwer verletzt haben um zu gaffen vielleicht Fotos zu machen. Das weiß ich jetzt schon. So ein Idiot, Alter. Hier ist 50. Finden wir Kyra, Kyra fährt 50? Ja, ne? Ich finde schon. Und jetzt wird sie links überholt. Oh. Aber sehr spät gebremst. Knappe Geschichte. Knappe Geschichte. Wie kann man so ignorant sein? Sie hat nicht mal geguckt, Alter. Ich kenne den Rage so gut. Ohne Spaß. Gott sei Dank habe ich mitgerechnet. Sonst wäre ich der so reingebrettert. Blöde Kuh, ey. Der ist aber gegeben. Ja, geil. Geiler Rage. Man ist so voll oft im Auto und schreit einfach, du, ach, doch. Du, und so richtig laut. Man kann sich einfach nicht halten. Was ist mit meiner Stimme los? Sie ist männlich. Hier eine Spur fällt weg. Irgendwelche Leute sind sich ins Gehege gekommen. Der eine ist dem anderen hinten drauf gefahren. Gefährlich so was. In der Mitte rum. Sehr gefährlich so was. Und weiß ich nicht. Warten die auf die Polizei oder was? Für so einen kleinen Rempler bleibt man nicht mitten auf der Autobahn stehen. Unfassbar. Da macht man zwei, drei Fotos und dann geht das auf den Standstreifen oder, so wie Christian die Leute, auf diesen linken Dingsbumsstreifen, da hat er so rüber gelotst und hat denen gesagt, stellt euch da mal hin. Bundespolizei ist dann zufälligerweise sogar vorbeigekommen und hat das dann weiter geregelt. Ich sag hier nix. Genießt hier mal. Das hat irgendwie was von versteckte Kamera oder so. Ah, der fährt in die Einbahnstraße. Was? Und Polizei dreht? Oder was machen die? Ja, Polizei juckt's nicht. Fahren beide rein. Oder steht dafür nur LKWs? Ich seh's nicht. Ich kann das ganze Schild nicht lesen. Linienverkehr frei. Ne, ist ne Einbahnstraße. Außer für Busse. Oder? Oder Lieferverkehr. Okay, Lieferverkehr. Macht auch Sinn. Die machen nichts. Ey, die haben so null Bock darauf. Die wissen, die labern, schreiben Ordnungswidrigkeit, da muss ein Zwanni zahlen und so. Die haben keine Lust. Es nieselt ein bisschen. Kein Bock rauszugehen. Fühl ich aber auch irgendwie, oder? Da kann man die Polizei verstehen. Die juckt so null. Oh Mann, ey. Das ist lustig. Ja. Weil sie dir so am Arsch klebt. Ja, weil sie dir so am Arsch klebt. Oh, oh, hier würde ich nicht jubeln. Oh Gott. Oh mein Gott. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh Gott. Fuck. Oh Gott. Oh Gott. Oh. 2400 Euro Schaden sind das geworden. Der andere ist abgehauen, hat eine Anzeige wegen Fahrerflucht gekriegt. Und ja, was draus geworden ist, weiß ich nicht. Es haben aber viele angehalten und gefragt, ob alles gut ist. Das wollten sie unbedingt noch erwähnt haben. Captain Joe läuft da noch. Warte mal. Aber warum hat er die Kontrolle verloren? Der Idiot hat es aber gesehen. Das ist nicht im Totenwinkel. Der hat es gesehen. Ne, lass dich nicht vorbei. Oh Gott. Oh mein Gott. Das war aber auch, muss man ehrlich sagen, klar, das ist nochmal eine Schocksituation. Aber jemand, der sein Auto besser beherrscht und kontrollieren kann, der wäre hier nicht ausgebrochen. Hier ist die Gefahr behoben. Warum er nach rechts zieht, das ist mir nicht klar. Oh mein Gott. Und dann nach links sofort ausgegriffen. Scheiße. Oh Gott. Nee, die Nässe ist nicht genug. Das ist leicht feucht, die Straße. Du hast Grippe da. Schock, ja, kann alles sein. Aber ich mache ihm keine Vorwürfe, aber das hätte man retten können. Fuck. Die Musik. Kann man schauen. Hier noch ein Grund ist, das wollten sie unbedingt noch erwähnt haben. Und weil wir noch nicht genug LKW-Reifenplatze hatten. Boah. Boah. Ey, gleich reagiert mein Freund. David aus Dortmund. Boah. Boom. Boah. Was eine Rumpste. Ah, ein wunderschönes Beispiel hier. Von hinten kommt der Krankenwagen. Krankenwagen. Und vorne ist die Ampel rot. Und wenn du Platz machen musst, damit der Rettungswagen oder die Polizei oder wer auch immer Feuerwehr mit Blaulichter durchkommen möchte, kann, soll, tun, dann darfst du über die rote Ampel drüber wegfahren. Ja, auch wenn da ein Blitzer steht. Die sehen ja auf dem Foto, dass du Platz machst für einen Krankenwagen. Vorsichtshalber aber das Kennzeichen vom Krankenwagen aufschreiben. Falls du ein Ticket kriegst, dass du da nochmal sagen kannst, ey, hallo, ich hab da aber. Unsere Kamera ist jetzt auf dieser kleinen, übersichtlichen Kreuzung direkt wieder durchgezogen und hinter dem Krankenwagen hinterher gefahren. Ich weiß nicht, also auf so einer riesengroßen Kreuzung, da würde ich das nicht machen. Ja, ich würde auch stehen bleiben. Ich würde nicht weiterfahren, aber es war nachts und leer, keine Ahnung. Es geht schon klar. Natürlich erstmal stehen bleiben, weil ansonsten bist du vielleicht doch über Rot gefahren und wenn was passiert, kriegst du dann doch einen reingewirkt. Also dann lieber da an der Ampel irgendwo stehen bleiben an der Seite. Nachdem du Platz gemacht hast, sollte klar sein. Und dann fährst du halt los, wenn die anderen Grün haben und du siehst, ah, es geht weiter. Es passiert ja nie was, aber dann, wenn du gerade mal einen Musiktitel weiterschaltest, also dann... Immer. Leute, guck mal. Wenn ich auf der linken Spur fahre, ein bisschen schneller fahre. Als ich zu Monte gefahren bin, das war eine längere Strecke. Ich sehe, hier vorne sind schon Autos, hier ist einer und man sieht ja, der fährt ein bisschen schneller als die. Direkt Fuß schon vom Gas schon auf die Bremse rauflegen, weil man weiß, es passiert. Und wirklich, deutsche Autobahnen sind die schlimmsten, weil da keine Maut bezahlt wird, fährt jeder Idiot. Du bist alle zwei Minuten damit beschäftigt, dein Leben und das Leben der anderen zu retten. Alle zwei Minuten. Und das ist nicht übertrieben. Fährst auch auf einer Dreispurring. Da fahren die nicht rechts. Die fahren nicht rechts, auch wenn es leer ist. Die fahren alle in der Mitte. Nur um es schön gefährlich zu machen. Muss man wirklich super aufmerksam sein. Gerade wenn man schnell fährt. Gut reagieren. Mein Gott! Ja. Dummer Wetter. Eins, zwei, drei, vier. Oh, die ganze Family. Oh. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. Fünfzehn. Sechzehn. Stück. Wie geil war das denn? Der ist ja von den beiden der Schleicher, der nicht auf die Autobahn raufkommt. Der Smart würde ich mal jetzt gleich behaupten, oder? Ah! Alter! Oh mein Gott, das ist auch süß. Nee, damit habt ihr nicht gerechnet. Ja, er hat mich hochgenommen. Warum bricht der da aus? Guck mal. Hä? Alter. Einfach zu schnell Gas gegeben in der Kurve. Mal an die Botaniker unter euch. Gibt es weiße Rehe? Wow. Lol, ein Albino-Re. Alter, Vater. Lol, wie geil. Danke fürs Zusehen. Ich würde auch schon mal den Daumen hoch nehmen. Und ich hätte noch ein Video mit Mopeds. Ach so, hier kommt nichts mehr. Ja, okay. Ja, cooles Video. München-Armor-R紹 launched. Ja, okay. �